das müsste sein da kam der ball gut gemacht vom torhüter noch mal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive gute aktion von ihm der freistoß war klasse das war gefährlich und da haben sie glück dass der ball knapp daneben geht und das tor dann ein bisschen glück gehabt manchmal gehört auch ein bisschen glück dazu der ball erst an den pfosten und dann ins tor ja erzielt jackson martinez da kommt er nicht richtig dran mit dem kopf war geht vorbei da fehlen vielleicht ein paar zentimeter sonst hätte es gefährlicher werden können die passspielte gut erschießt jetzt steht hier zwei zu eins eine enge kiste der gibt es hier man schukic leider ist er heute ein unsicherheitsfaktor ein gebrauchter tag für den keeper also das ist eine riesen aktion habe ich selten gesehen pablo hernandes und disco er versucht fünf treffer haben wir gesehen es steht 32 das ist ein enges spiel da geht auch noch mal sicher zurück zum torhüter ja die ja 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 die ich Untertitelung des ZDF, 2020